In diesem Video geht es um Konrad Adenauer. Ich erkläre dir, wie er Bundeskanzler geworden ist und welche wichtigen politischen Entscheidungen unter seiner Regierung getroffen wurden. Konrad Adenauer war ein deutscher Politiker und Mitglied und Vorsitzender der CDU. Er war unter anderem Kölner Bürgermeister und der erste Bundeskanzler Deutschlands. Konrad Adenauer wurde 1876 in Köln geboren. Er studierte Rechtswissenschaften und wurde 1917 Oberbürgermeister in Köln. Er weigerte sich mit den Nationalsozialisten nach deren Machtergreifung zusammenzuarbeiten und verlor dadurch das Amt des Bürgermeisters. Teilweise musste er sich verstecken und wurde verhaftet. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Adenauer für kurze Zeit noch einmal Bürgermeister von Köln. Danach war er Vorsitzender des Parlamentarischen Rates, der für Beratungen über eine neue Verfassung Deutschlands zuständig war. Er wirkte am Aufbau der CDU mit und wurde 1949 zum ersten deutschen Bundeskanzler gewählt. Bei den Bundestagswahlen 1953, 1957 und 1961 wurde er in seinem Amt bestätigt und wiedergewählt. Zu seinen größten politischen Erfolgen gehörte die Beendigung des Besatzungszustandes Deutschlands durch die Pariser Verträge 1955 und die Annäherung zu Frankreich mit der Schaffung der Montanunion, einem Vorläufer der EU. Die letzten Kriegsgefangenen kehrten nach Deutschland zurück. Mit der Einführung der sozialen Marktwirtschaft kam es zu einem großen Wirtschaftsaufschwung und zum sogenannten Wirtschaftswunder. In seine Regierungszeit fällt auch die Teilung Deutschlands und die Mitgliedschaft zur NATO. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 11. Untertitelung des ZDF, 2020